Hallo Werder-Fans! Willkommen zur Taktik-Corner von Mann Werder. Die Kür im Pokal ist vorbei, jetzt ruft die Pflicht in der Bundesliga mit einem sehr wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Eine Mannschaft, die auf vielen Ebenen unangenehm und schwer zu bespielen ist, die aber auch ein paar Angriffsflächen bietet, die Werder dann auch tatsächlich nutzen könnte. Ja, wir sehen hier eine fiktive Spielanordnung, das heißt Werder hier in dem Fall in Blau, Wolfsburg in Rot, Werder hat den Ball und bei Wolfsburg kann man ganz gut sehen, eine sehr stringente 4-4-2-Verteidigung. Also zwei Viererketten recht eng beieinander und auch recht tief, um das eigene Abwehrdrittel zu sichern und vorne zwei Spieler, die stören. Der große Vorteil für Werder wäre jetzt in dem Fall, dass in diesem Bereich eine 3 gegen 2 Situation ist, die eigentlich relativ sauber auszuspielen ist. Der Ball dann irgendwann hier auf den Mittelfeldspieler kommen kann, der ins Übergangsdrittel dribbeln kann und wenn dann hier der Angriff erfolgt, dann sind entweder die Achter oder hier Max Kruse gefordert, um auch in diesem Bereich wieder Anspielstationen zu bieten und auch hier wieder eine klare Überzahlsituation herzuschaffen. Das heißt, Werder kann hier in Überzahl ausspielen und hier, wenn sie es wirklich sauber spielen, einigermaßen bequem in Überzahl ausspielen und von da aus dann den Angriff fortführen. Wichtig dabei ist immer, die Außenverteidiger hier, die müssen hochstehen und binden, die Gegner binden und hier die eingerückten Flügelspieler ebenfalls. Weil die Wolfsburger Abwehrkette rückt normalerweise nicht riskant raus, geht vielleicht hier noch mit, aber sonst war es das auch. Da wird nicht viel mit Risiko gearbeitet, die arbeiten sehr solide und auch immer, wie gesagt, eng beieinander stehend, aber versuchen eigentlich immer die Linien zu halten. Und das ist in der letzten Konsequenz natürlich immer eine gute Absicherung für Wolfsburg, aber für den Spielaufbau von Werder auch ein sehr guter Ansatzpunkt, um da wirklich einigermaßen sauber und kontrolliert bis hier ins Angriffsdrittel zu kommen. Ja, zwei klare Charakteristika von Wolfsburg im Spiel gegen den Ball sind erstens die Ordnung zu halten, die wir gerade eben schon gesehen haben, eng beieinander zu stehen und auch die Verschiebebewegung immer zum Ball hin. Hier hat man eine Szene vom letzten Wochenende beim Spiel gegen Stuttgart, wie extrem Wolfsburg dann jetzt in dem Fall auf den Flügel verschiebt, da wo der Ball jetzt gerade ist in dem Fall, bei Mario Gomez. Das ist an und für sich ganz gut gemacht, also wirklich auch hier quasi in Gleichzahl mit dem Gegner. Allerdings löst Stuttgart das jetzt in Form von, in Person von Mario Gomez ziemlich gut, spielt den Ball hier rüber und da sieht man dann schon auch das Problem, das dann entsteht dabei, wenn man so extrem verlagert. Man kann hier sehen, die rechte Spielfeldhälfte, so ab dem Mittelkreis, am Mittelanschlusspunkt, da ist im Prinzip fast gar kein Wolfsburger mehr, die sind extrem rüber geschoben. Stuttgart hat jetzt hier durch die Verlagerung sehr viel Platz und spielt den Angriff dann aus. Hier dann gleich über die rechte Seite und aber hier ist auch wieder zu sehen dann in dem großen Kreis, wie extrem und schnell und eng zusammen Wolfsburg dann wieder steht. Hier sind 1, 3, 3, 4, 8 Spieler auf einem sehr kurzen, sehr kleinen, begrenzten Raum, machen hier das Zentrum wieder zu und verteidigen wirklich das Tor, also die Tormitte. Also sowohl Stärke als auch Spreche im Wolfsburger Spiel immer sehr kompakt zu bleiben und gut zu verschieben, aber wenn man dann eine richtige Lösung, in dem Fall war es eine Spielverlagerung, findet, dann hat man auch für kurze Zeit einigermaßen viel Platz und kann dann den Angriff wirklich sauber zu Ende spielen. So, hier jetzt mal eine Szene zum Wolfsburger Spielaufbau, der einigermaßen ungewöhnlich ist. Man kann hier erkennen, dass die Viererkette wirklich auch quasi fast in der Viererkette bleibt. Hier unten den Rechtsverteidiger-Vertrag sieht man leider nicht in dem Bildausschnitt. Der ist aber auch sehr eng angebunden an die zwei Innenverteidiger und hier oben den Linksverteidiger. Das heißt, die Außenverteidiger rücken gar nicht wie bei anderen Mannschaften sehr weit nach vorne, manche schieben ein bisschen die letzte Linie, sondern die bleiben sehr eng angebunden und, was sehr oft zu sehen ist, es sind beide Sechser auch sehr eng hier bei der Viererkette, um den Spielaufbau zu forcieren. Das ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Also erstens ist natürlich hier im Zentrum dann immer eine Absicherung da, sollte der Ball verloren gehen, in dem Fall sogar fast eine doppelte Absicherung. Auf der anderen Seite fehlt natürlich eine Linie oder eine Anspielstation, eine Linie weiter vorne, um den Angriff dann auch wirklich wirkungsvoll im 4-2-3-1, das Wolfsburg ja im Spiel mit dem Ball verfolgt, dann wirklich auch durchzuspielen. Der Wolfsburgs Spielaufbau, der steht und fällt mit den beiden Sechsern. Hier und hier, Gilavogi und Maxi Arnold. Die Innenverteidiger sind keine Innenverteidiger, die entweder weit ins Mittelfeld andribbeln oder die Bälle hier vertikal gleich in die letzte Linie spielen. Es wird eigentlich immer versucht, hier die Sechser mit ins Spiel einzubinden und von da aus dann das Spiel weiterzuführen. Das heißt für Werder, die Mannschaft könnte tatsächlich die Sechser erst anspielen lassen, muss dann aber wirklich hier oder hier, je nachdem wo der Ball hinkommt, dahin oder dahin, wirklich so eng an den Männern dran sein oder von hinten auflaufen, dass die Spieler sich nicht in Spielrichtung aufdrehen können. Wenn das der Fall ist, muss Wolfsburg immer wieder nach hinten spielen, hinten rumspielen und kann über die Sechser nicht nach vorne den Ball weiterlaufen lassen. Es ist ein ganz zentraler Punkt, das zu vermeiden, dass die beiden Sechser sich in Ruhe aufdrehen können und den Ball nach vorne weiterspielen können. Wenn Werder diesen Bereich und diese beiden Spieler im Griff hat, dann haben sie eigentlich schon relativ viel gewonnen und den Spielaufbau von Wolfsburg auch schon sehr gut unterbunden. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die auf vielen Ebenen sehr solide arbeitet. Nicht umsonst hat das Team von Martin Schmidt jetzt auch schon sehr oft unentschieden gespielt und ganz wenige Spiele verloren in dieser Saison. Trotzdem bieten sich viele Angriffspunkte für Werder, die man tatsächlich dann auch nutzen könnte, um am Sonntag das Spiel positiv zu gestalten. Florian Kohfeldt, der wird sich die richtigen Gedanken machen und er wird ziemlich sicher auch die richtigen Lösungen haben. Welche das dann waren, wie das Spiel dann verlaufen ist, was für einen Charakter das hatte, der schauen wir uns dann nächste Woche an. Dann wieder hier in der Taktik-Corner von Mein Werder. Bis demnächst!